Hallo liebe Zuschauer, ich bin Sven Holger von Holgers Hunderland. Heute zeige ich euch am Anhänger, wie ich die Klappe baue. Allerdings erstmal noch ohne die Kunststoffabdeckung, weil da muss ich gucken, ob mein Material reicht. Es sieht nicht so aus, dass ich wo noch mal was nachkaufen muss. Ansonsten wird in dem Video noch sehen, wie ich ein paar Stützen baue. Und ja, der Anhänger nimmt langsam Form an. Und was mir immer noch ein bisschen Sorgen macht, ist die Deichsel und der Einstieg. Aber gut, den Einstieg, das kriege ich noch hinten, da habe ich mir schon was überlegt. Da fehlt mir noch ein bisschen Material, aber das geht dann im nächsten Monat weiter. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen pausieren, jetzt geht es erstmal auf Weihnachten zu. Und ja, also jetzt wenn ich das Video drehe, geht es auf Weihnachten zu. Da sind nachher andere Sachen wichtiger und das geht dann im neuen Jahr weiter. Das war dazu. Gut, das war es erstmal. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020